Wer von euch in Baden-Württemberg wohnt, wird es mitbekommen haben, die Stromgedacht-App, so nennt sich dieses ominöse Ding, hat hier eine Warnung mal wieder ausgegeben, dass zu viel Strom gerade benötigt wird und, wie es ganz genau hier heißt, Verbrauch reduzieren, um Kosten und CO2 zu sparen. Das Netz war massiv überlastet. Wir gucken uns die Situation genau an und wir machen auch so einen Gedankensprung, wie können wir selber davon irgendwelche Vorteile haben. Ihr habt richtig gehört. Das gucken wir uns gemeinsam an. Moin zusammen, ich bin Olli, wenn du noch bist. Jetzt ein Abo da lassen. Und man muss sich das doch mal vorstellen. Wir haben generell schon sehr, sehr viele Menschen, Maschinen, Verbraucher generell, in unserem Stromsystem, in unserem Stromnetz drin. Zugleich geht man hin oder bis zum Ende letzten Jahres ist man hingegangen, hat zahlreiche Förderungen gehabt für Elektro-Lasträder, also E-Lasträder, für Elektroautos, für Stromheizungen, sprich die Wärmepumpen und so weiter und so fort. Ganz viele Stromverbraucher sollen zusätzlich ins Netz kommen. Dann kann man ja sagen, ja, das macht Sinn, das ist gut, ja klar, Elektrifizierung, das macht Sinn. Wir haben ja genug Strom. Aber das ist ja nicht der Fall. Besonders nicht unter dem Gedankenpunkt, dass wir ja hingegangen sind, beziehungsweise unsere Regierung, und Merkel hat es davor ja auch schon entschieden, aber unsere aktuelle Ampelkoalition hätte es verhindern können, dass diese nämlich eben gesagt hat, jo, wir schalten jetzt die Kraftwerke ab. Man hat es ja nochmal verlängert, das ging ja auf einmal, vom Dezember 22 bis April letzten Jahres, aber dann wurden sie abgeschaltet. Und es war ja auch sehr, sehr eilig für verschiedene Politiker in den verschiedenen Bundesländern hinzugehen und die Kraftwerke so, ich sag mal, zu naturalisieren, sprich Kühltürme, die gesprengt wurden, die Dekontaminierung, die stattgefunden hat in Niedersachsen, also sprich die Rohrleitungen mit Salzsäure zu durchspülen, das ist nicht unmöglich, aber deutlich, deutlich schwerer wird, eben diese abgeschalteten AKWs wieder hochzufahren. Aber Leute, es gibt genug Experten und zahlreiche Leute, die auch sagen, die sich mit der Thematik auskennen, natürlich, so einen Kühlturm kannst du neu bauen, die Rohre kannst du austauschen und dann kannst du das Kraftwerk auch wieder betreiben. Natürlich ist das nicht eine Sache, die in zwei, drei Wochen oder Monaten passiert, aber das ist möglich. Und zugleich, man kann auch Kraftwerke neu bauen. Gerade diese ganz aktuellen neuen Minikraftwerke sind dafür sehr interessant. Wenn wir uns jetzt speziell die Situation in Baden-Württemberg angucken, sehen wir hier, überlastete Leitungen erfordern dringende Rationierung, wie es hier heißt. Und das ist schon wieder mal ein schönes Beispiel aus Baden-Württemberg, Grün regiert nebenbei gesagt, so kommend, wenn wir hier sehen, dass der Netzbetreiber Transnet BW diese Aufforderung für die Zeit von 6 bis 14 Uhr mittags ausgesprochen hat. Grund für diese außergewöhnliche Maßnahme ist die hohe Auslastung der Stromleitung, die Strom aus dem Norden Deutschlands in den Südwesten transportieren. Ja, wäre gut, wenn man da jetzt in Baden-Württemberg, Johannesburg 2, ein Kraftwerk haben würde, das noch laufen würde, worüber man selber Strom produziert und eben nicht auf den Strom aus dem Norden angewiesen ist. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wir sehen, dass das Ganze hier ebenfalls auch im Fokus beispielsweise berichtet wird. Kapazitäten sind ausgelastet. Bürger sollen möglichst wenig Strom verbrauchen. Und das erinnert mich. Das erinnert mich beispielsweise an die Nachricht aus dem September letzten Jahres. Erneut Stromsparappell. In Baden-Württemberg hieß es seinerzeit. Zwischen 10 und 12 Uhr am Dienstag sollten die Menschen möglichst wenig Strom verbrauchen, wie es hier heißt. Oder es erinnert mich auch an die Nachricht aus dem Februar letzten Jahres. Wieder hilft Strom aus der Schweiz. Das ist natürlich dann so der Joker, der gezogen wird. Man importiert dann ganz viel Strom aus der Schweiz, beispielsweise aus Frankreich, aus Belgien. Zahlreiche andere Länder, die dann halt dafür herhalten müssen, dass Deutschland nicht in der Lage dazu ist, sich selber einfach mit Strom zu versorgen. Netzbetreiber aus Stuttgart besorgte sich aus dem Nachbarland eine zusätzliche Leistung von 1700 Megawatt. 880 kam einer Sprecherin zufolge aus Reservekraftwerken und 670 aus sogenannten Marktkraftwerken, wie es hier heißt. Ja, ganz schön ausgedrückt. Ebenfalls hier, auch aus dem Februar müsste das gewesen sein. Genau, Verbraucher sollen Strom sparen von 11 bis 13 Uhr. Und jetzt überlegt mal, warum nehme ich das mit rein? Wir sehen ja hier diese Zeitangaben auch. Hier mal waren es von 11 bis 13 Uhr. In der ersten Nachricht hatten wir es hier 10 bis 12 Uhr. Aber jetzt mittlerweile sind das schon größere Fenster. 6 bis 14 Uhr. Überlegt euch das mal. Da wird ja einfach mal für 8 Stunden gesagt, Leute, Piano, bitte ein bisschen ruhiger, weniger Strom verbrauchen. Waschmaschine, Spülmaschine etc. Größere Verbraucher bitte nicht anschalten, damit das Netz nicht zusammenbricht. Das ist also aus dem Industriestandort Deutschland geworden, dass man noch nicht mal mehr im Privaten von einem stabilen Netz ausgehen kann, sondern Angst haben muss an dieser Stelle, zu sagen, okay, da kommt was gehörig auf uns zu. Und ich hatte am Anfang des Videos das Ganze ja geschildert, wir müssen natürlich irgendwo einen Nutzen daraus ziehen. Und das ist natürlich schwierig in einer direkten Umsetzung, sage ich mal. Aber ich bin fest davon überzeugt, man sollte aktuell in Atomkraftwerke und Uran beispielsweise investieren. Weil das sind die Zukunftstechnologien, die in allen anderen Ländern, denkt an die COP23 vom letzten Jahr in Dubai, als entschieden wurde von über 20 Ländern, dass sie gesagt haben, wir werden unseren Strombedarf über Atomkraft massiv ausbauen bis 2050. Dementsprechend ist dann Investmentpotenzial definitiv vorhanden. Und ich hatte ja bereits schon, könnt ihr auch nachweislich nachgucken, Videos vor zwei Jahren gemacht und über solche Aktien etc. gesprochen. Und ich habe mein Portfolio ja bei Freedom24, in einem anderen in meinem privaten, was ich nicht öffentlich zeige, bin ich da auch schon, ja, ordentlich im Plus. Das ist schon ganz gut. Aber jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, ich habe mal geguckt, was gibt es denn ETF-mäßig, um eben in solche Anlagemöglichkeiten wie Uran, wie auch Atomkraft etc. zu investieren. Und da gibt es was ganz Spannendes, nämlich, wenn wir uns das hier drüben einmal anschauen, sehen wir das nämlich, zum Beispiel sehen wir dann den HAN ETF, das ist ein Sprat, Uranium, Miners und so weiter, heißt der. Thesaurierend liegt aktuell bei einem Kurs von 11,38 Euro, wo ich das Video aufnehme. Und wir sehen, wie der sich alleine über die letzten Monate hinweg entwickelt hat, mit einem 6-Monats-Plus von 71%. Nochmal, das ist ein Uranium-Minen-ETF, der ganz klar sagt, jo, das ist sinnvolle Zukunftstechnologie. Und das kann funktionieren. Ja, der hat hier auch mal ein kleines Minus. Wir gucken uns das ja natürlich immer ganzheitlich an. So lange gibt es den noch nicht. Deswegen aber im Jahresplus hier über 60%. Also ein ganz interessantes Ding. Daneben habe ich auch noch diesen hier gefunden, wenn die andere Aktien oder aber auch ETFs kennt, die nämlich klar sagen, nein, wir möchten eben nicht diese erneuerbaren Energien-Situation nutzen, sondern eben auf Altbewährtes, dann schreibt die mal gerne mit einer WKN oder E-Sin unten in die Kommentare rein. Wir sehen hier in Wanneck, Uranium und Nuklear Technologies liegt bei 25, oder wie viel war der? Genau, 25,03 Euro. Auch letzten Tage massiv nach oben gestiegen. Deswegen natürlich ein bisschen schmerzhaft, da jetzt einzusteigen. Aber meiner Meinung nach ist da immer noch ein großes Kurspotenzial vorhanden. Keine Anlageempfehlung an dieser Stelle, ganz klar dazu. Aber wenn wir uns das angucken, der ist auch noch ein relativ frischer, da haben wir noch kein Jahr. Aber hier im Halbjahr, wie der sich mit 35% alleine entwickelt hat, das ist halt wirklich gigantisch. Und da würde ich persönlich sagen, jo, da könnte man definitiv die Investition ausbauen. Gesagt, getan. Ich habe direkt gekauft. Ihr seht das hier unten. Wir haben jetzt 20 Anteile davon. Wird hier als U308EU angezeigt. Und hier im Titel können wir das Ganze direkt sehen. Und ich werde aber auch jetzt noch den anderen dazu kaufen. Ihr müsst dazu einfach hingehen. Packt euch hier die Easy nach oben rein. Oder sucht direkt danach. Nuklear, Nukle. Alleine aus Prinzip muss man sowas bei der Meinung nach im Portfolio drin haben. Der ist ein bisschen teurer. Der liegt ja bei 25. Da würde ich jetzt mal auf 10 Anteile gehen, würde ich vorschlagen. Zack. So. Dann sind wir bei 250. Na komm, machen wir auch 20. Machen wir 20 aus Prinzip gegen unsere aktuelle Ampelregierung. Kaufen den Auftrag bestätigen. Und da seht ihr auch nochmal, wie schnell das hier bei Freedom geht. Das ist halt wirklich ratzfatz. Und jetzt seht ihr es. Hier unten ist der mit Auen gelistet. Und ja, ich habe natürlich jetzt ein bisschen hochgekauft. Beide zu den Höchstständen. Das ist natürlich nicht so attraktiv. Gar keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es ja ein Langzeitportfolio, was ich hier aufbaue. Will ich ja gar nicht jetzt in zwei Wochen oder Monaten oder sonst wann irgendjemanden jetzt kurzfristig wieder abstoßen. Zumindest im Bestfall. Das soll ja wirklich auch für meine Altersvorsorge dienen. Und da hatte auch schon mal einer drüber gelacht. Auch mit dem kleinen Klecker bedrängt. Leute, das ist mehr, als manch anderer macht. Und ich bin damit glücklich. Und das passt für mich. Und ich weiß, ich werde dieses Portfolio in den nächsten Jahren weiterhin aufbauen. Und eben, wenn du dieses verfolgen möchtest, abonniere jetzt gerne den Kanal. Ich verlinke dir Freedom24 nochmal unterhalb. Dann kannst du es dir nochmal ganz genau angucken. Auch ein Aktienportfolio aufbauen. Genau wie ich das mache. Danke fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, was ihr auch zu der Stromsituation in Baden-Württemberg zu sagen habt. Bis zum nächsten und ciao.